Ich finde es gut, gerade in der heutigen Zeit, dass man da eben die Trendsortimente anbietet, die gerade auch in der Stadt gefragt sind, finde ich wichtig. Es gibt viele Leute, die sich vegan ernähren und viele, die auch Flexitarier sind. Das heißt, die sich ab und zu mal eben ohne tierische Produkte ernähren möchten. Deswegen finde ich es extrem gut und extrem wichtig, dass man sowas heutzutage anbietet. Gefällt mir sehr. Also es ist immer schön, hierher zu kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag, in der Mittagspause und was sonst so. Hier findet man so gut wie alles, was einem das Herz begehrt. Wir freuen uns auch hier jetzt so eine vegane Schlemmergasse zu haben. Also es gibt immer ein breites Angebot auch vor allem im Kopf und schmeckt alles sehr, sehr gut. Ich habe zum Beispiel selber den Unterschied nicht mal wirklich bemerkt und das ist eigentlich etwas, was immer positiv ist, auch wenn man zum Beispiel über jetzt vegane Gerichte oder Speisen spricht. Und es freut uns auf jeden Fall immer in der Mittagspause hierher zu kommen. Es ist schon unser Lieblingsspot geworden und wir würden jedem empfehlen, hierher zu kommen.